Ja, stimmt eh. Aber echt, ich komme heim an einem perfekten sonnigen Tag und na, es war unglaublich. Dann lege ich mich hier, schalte ich den Fernseher rein und dann läuft erst mal, ich komme mittendrin und dann schalte ich weiter und dann läuft tatsächlich Star Trek, das unentdeckte Land. Oh, der ist super zum Tennen. Ja, perfekt. Ja, nix. Ich sieg nix und hier nix. Macht auch nix. Ja. Geht das eh oder was? Ah, wie Augen. Auf. Auf. Augen auf, Ohren auf. Hey, wie ist da? Jetzt geht's um Dinge, die wichtig sind für mich, für mich, für jedes Kind. Ja, was ist denn das? das ist genau in die seiten aufgangen der mann mitgegeben beim vorbeirenn jetzt aber das hat man auch nichts da ich glaube ich bin unverwundbar ich glaube auch du bist eine super Einzelfahrt super Einzelfahrt so nennen wir uns ja ein super Einzelfahrt super Einzelgutschein Totenstille in Elektro hier ja da an der Küste auch also ich hab noch keinen Einzigen getroffen Einziger Spätzl Zumbies sind jetzt etwas lästiger geworden kommt bevor findest also ich finde die kann man total schnell abschütteln ich bin aus dem Feuerwehrhausl äh Heisel aus und die kommen gleich weg Ach Feuerwehrhausl Arsch weil dies sämtliche Gebäude oder so gut wie ohne Gebäude dann musst du erst eine Stein weil die so hoch sind ach so ne, pass auf dass nicht man deine Viersten im Boden sind, dann brichst alles also nicht in solche heiße einige ja oder halt ein bisschen aufpassen ja, ein bisschen aufpassen ja, pfff ja du brichst, du brichst alles, wennst ja du stirbst aber danach, also nicht nur, du brichst sowas, sondern tot bist dann T.O.T. 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 Leck mich heller jährliche heller jährliche 200 900 v glaub每 lid Da fliegt's Laub durch den Wind, ist das cool. Habe ich das noch nie bemerkt? Genau. Also da fliegt schon Bla-La. Ich bin ja nicht am Laubwoll. Bla-La. Da fliegt's schon Bla-La. 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 Bla-La-La-La. 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 Bla-La-La. Da meetuesta. Bla-La-La. 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 cha. Bla-la. Wenn das... ... słu guck. Falscher Artikel. Das ist Nomen falsch geschrieben. Das Check- niink. Chit nie. Bla. Gra-color. Das V-Wort. Das V-Wort? Ha. F F F Eigenschafts Ja und wie heißt es auf auf Deutsch? Das Adjektiv! Ja wahrscheinlich ich weiß nicht, ich kenne mir auch nicht so aus F Voll, Mann! Auf die Hose machen Mit voller Hosen ist leicht stinger, alles klar Ja, ja Was der wie süß Und jetzt? Wie hast du das Rutschen gemacht? Juhu! Voll rauslaufen und dann auf links Ah, cool Gut schaut euch aus Ja Du nicht Nein, für dich war es eh ein Witz Ja, das ist nett Jetzt muss ich da mal hin binakularisieren gleich Guck mal Was pullern Bi Nein, mit den Binokula hinschauen Binokula 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 Achso, das ist ein Gebäude Also, 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 also Also, also, vielleicht sollte man da auch mal runterschauen weist Ich finde das urpraktisch Urpraktisch Urpraktisch, alter Urpraktisch, alter Urpraktisch, alter Ja, der ist nervt Meins nicht? Ah Ja, dann huwold mehr meine Reine meine Reine meine Ah, schräg doch hoch und da sind Zoms Zambolz 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 Zzuzuz 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 Ja, ja, hab ich auch gesagt und der Zombie aber Zzuzuz 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 Ja, bitte Hello, anybody up here? Say hello, fool I love you Trum, trum 's Uh-huh Tenne Charn 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 Zzuzuz Zzuzuz Hallo You fool I love you Love you Love you Do internally Do degrees Zzuzuz lowest Told wieder ein Lied, das gesungen werden muss ja, da stehen wir zwei Zombies ah, cool drei vielleicht kann ich es ablenken ich bitte darum ey, das haut aber nicht so hin au wow ablenken und du bist voll weit weggeblirrt ja, dann rennen wir vor au, au ja, da renne ich wieder ein ja, renne wieder ein ich schau mal, was in den Hallen liegt ja, ich habe es probiert, mein ja, nicht mal in der Nähe gewesen, weißt du ja, weil ich es weglocken wollte der Mann hat so anstürtend gemacht, es würde mir gleich was tun die anderen sind stehen geblieben ah, au was? ja, Zombies das ist auch noch Arkan leider Arkan Arkan Arkan! ja, da sind viel zu viel Zombies ja, ey, ich komme noch mal runter zweiter Versuch ja, aber nicht schon wieder über die Leute, oder? ja, natürlich ne, schau her, jetzt ist keiner da wunderbar ja, ich komme schon mit ein paar was waren da drin, nix, oder? ich weiß nicht, aber wir sollten verduften na, Uzi komm aus, oder, warte? wir erinnern wir Richtung Norden ja, weiß ich mh 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 ja Ja, dir richten mir noch Tier, du bist der Mann mit der Map. Jo. Ähm, diese Richtung. Los, warte. Der Mann mit der Map. Mutter, der Mann mit der Map, bist du. Ja, wie wird's weiß ich hier. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit der Map bestellt. Ein Titierseher, ja, ein Basti. Nix Basta. Ghost Basta. Is something strange? Nein, brav. Hun raugt. Ich will nur nix, man muss niemanden, ich will nicht. Ich will nur nix, Mann, dass ich das kenne. Es ist ein Blitzwort so, und ist es an uns. Ja, bitte. Das. Da was einst. Danke. Bitte. Zoll, wenn du nicht wirst, wäre es vielleicht wie du. Das war's. Wenn du nicht. Kannst du nur. Aua! Na, wie liegst denn du da? Was ist denn? Schau, der liegt da, schau da hoch! Das ist ein wenig verrissen! Was ist denn mit dem Gehirn? Oder Pferd? Boah, Pferd war echt cool! Ja, Salami! So dann Salami! Roswischt! Roswischt! Was ist denn so? Gibt es eigentlich Pferdemilch? Bäh! Das muss sogar so funktionieren, oder? Bei die Viecher? Eigentlich schon, ja. Doch, glaube ich schon. Ich meine, wie kann man... Nee, zu vielleicht kommen sie auf Wörter und Fristen groß, keine Ahnung. Ja, das auch. Na, die... Die zuzeln schon. Wenn der Mutter Prost ist. Geh, Buh, hol die Schleser und füriert Stadl dir! Ja! Äh... Mit einem Bauernsturm würd er sein! Ein Bauernsturm, weißt schon, aber... Mit einem Sturm? Wenn man zum Fenstern vorbeikommt. Zur Hura Mare! Zur Hura Mare! So, ich gaff da jetzt mal runter. Nein, gaff! Da ist ein Zombie unten. Ah, shit, wo? Ähm, vor dem Krankenhaus. Vor dem Krankenhaus, okay. Oh! Da ist ein... Toter Zombie vor der Schule. Und weitere Zombies in der Schule. Okay. Äh, Zombie vor... Vor dem Supermarkt. Äh, CG, okay. Shit, ich brauche ein Binoculars! Nein, ich brauche den Sniper! Zombie auf der Schule. Oh, da ist er auf der Schule. Da wird Treppen oder so dann runtergehen. Ähm, am Krankenhaus sehe ich jetzt nix. Das Krankenhaus ist aber zerschossen. Die Fenster sind zerschossen. Da, da rennt er jetzt! Hinten, hinterm... hinter der Schule wird einer nahrisch gerade. Ist gerade hingegrennt zur Wand. Echt? Ja. Ja, da feiert sich nix. Ja, dann laufen wir. Mhm. Jetzt werden wir gleich erschossen da reinnehmen. Ich glaube auch. Bist du aufgegangen? Okay. Ey, was zu messen. Oh, von mir... Ja, wo jetzt zum Trinken habe ich was. Und du isst gerade, wie ich her. Du hast Hunger. Ja, ich hör's. Brauchst du unten noch ein Special Forces Clothing? Äh, musst du dir mal anschauen. Oh, cool. Den nimm immer. Brauchst du ein Mountain-Durf? Mountain-Due. Wo bist denn du herrassen, oder was? Runden bin ich noch. Achso. Aber das muss gleich dringen, dann weißt du das eh. Nein, cool, drängst du. Alter, die schaut doch geil aus. Ja, ich hab mich noch nicht von vorne gesehen. Äh, magst du mehr andere haben? Die, die ich jetzt gehabt hab? Ja, gib mir die, genau. Da liegt's. Achso. Okay. Hast du so ein riesen Bagger, ja? Ja. Ja, was ist denn so ein Anorak? Das ist... Wie gehst du nicht auch hin? Hey, da gibt's einen Saft. Aber da gibt's ja viel Zeug. So, ich trink schnell mal jetzt was. Ja. Und schicke. Ich steig mal ins Auto. Was? Alter! Ja. Haha. Na, das hat... Fällenz war reif. Haha. Haha. Ist schon gut. Sehr gut. Da liegen jetzt nämlich überall ein wenig so Sachen. Da zum Beispiel da drunter und... Das ist aber cool. Auf kaputten Autos hab ich schon gesehen. Hm, das ist cool. Ja. Ihr habt's grad in Green Mountain gesehen. Das ist unsere nächste Station. Super. Haha. Siehst denn? Ich sehe nämlich sogar schon von da. Ja, sehe ich auch. Du hast da einen Zombie hinter dir übrigens. Ja. Ich weiß. Das gehört auch so. Das ist dein Markenzeichen. Genau. Das ist mein Haus-Zombie. Hey, bist du wieder in der Busche? Die blöde Operzwängerin sind schon wieder unten. Wirklich? Okay. Oh, man. Oh, 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 oh. Die singen jetzt wieder bis 10 oder so. Das ist echt frech. Wo ist denn der Zorn? Ja, ich... Ich auch die ganze Zeit. Wah, so viel. Wah, ha, au. Wah, ha, ha. Ja, da sind ein paar Rakten. Ecke meiner. Mhm. Wah, da liegt Zeit geil. Okay. Cool. Ich schieße einen Zombie an. Ja. Ah, ich weiß wenigstens wo du bist. Fuck. Was ist los? Voll geil. Wah, Zombie. Hä, wo kommt denn der her? Hä, wo kommt denn der her? Äh, hättest du noch Platz frei? Also, rentiert sich das, wenn ich da noch einige oder so? Auf jeden Fall. Ach so. Ach so. Ach so. Aber, ja, nehm halt mit jedem Zombie mit. Ey, der Schwede. Genau da wo's drin bist. Ey, uh. Alter, was machst denn du für eine? Äh. Auf jeden Fall mal Starnakmoni. Oh mein Gott. Ich nehm die, ich nehm die Starnakmoni. Du kannst ja die Supersniper nehmen oder was. Die Camo? Ja. Ja, hätte ich nicht mehr in die. Passt. Take Satchel Charges. Hm. Ja. Nimm mal. Oh, vor allem wenn's sein muss. Holy Crap, da gibt's Zeit. Oh mein Gott. Boah. Oh, dann nimm mal die da. Oh ja. M4A3CCO. Dammit. Oh ja, Baby. Oh ja. Ich bin grad an rüber. Oh ja. Mit oben. Alter, ich liebe diese Waffe. Das ist deine, gell? Hey, voll, ich mag dich echt so gern. Sau geil. Na ja, du hast's... Uuh buh buh. Uuh buh buh. Wuh buh buh buh. Was ist denn das? Siehst du denn das? Wird man's was Neues? Hihiiiihihi, johohohohoho. Oh, ey. Da war es in Donau. Maschinenquart. Boah! Schau dir giftig aus.